Na ihr Süßen, heute kommt AP Tristaner auf der Botlane, zusammen mit Brandon, der ist ab und zu auch mal live auf Twitch, wenn ihr da Bock drauf habt, Link im angebindten Kommentar. Lasst ein Like da und viel Spaß mit dem Video. Unser Junkner fängt Topside an, das ist die Gelegenheit zu entwäden. Warte, ich wurde... Äh... Äh, verdammt! Warte, ich wurde... Hehehe... Oh, die weiß nix. Ich hab's nicht gesagt. Ich hab's gedacht. Hehehe... Ich tank. Okay. Hahahaha... Alter, was ist... Stunny! Oh Gott, ich bin... Ey, das war so bad von mir! Ich hab keine Worte mehr! Oh, nein! Hehehe... Ich hab noch nen Dakava-Stick, ist gut. Ladies and Gents, my Botlane. Bin ich noch ne Elite-Universe-Seite... Dafür... Oh, Mann! Oh, Mann! Nee! Oh, lol! Die hab ich aus dem Stun gerissen. Das war aber dein Fehler. Ja, ich hab den falsch gecastet. Hehehe... Ich hab vergessen... Ich hab vergessen, dass man mit Tristana ja nicht wirklich über Sachen rüber springt. Deine Hitbox bleibt ja auf dem Boden. Hehehe... Alter, Ramos ist schon wieder daaa... Aaaaah! Das war ich nicht. Alter! Du darfst nicht da rein spielen. Ja, aber ich dachte, er rollt mich von hinten an. War nur so ne Idee. Okay... Beim dritten Gang dann in 30 Sekunden. Eieieiei... Die wollen auf den Jacks. Oh... Ich handwitchen die... Hmmm... Mit Käse... Hehehe... Hehehe... Talon! Ich seh dich da! Oh, Stun! Oh my god, nice! Ah, hier! Mach den mal! Ah, ich hiel den! Warte, ich hab noch nen Jump, weil ich resettet hab mit dem... Mit dem E? Oh, ich hab' den so... Oh, du... Du hast den Ramos, ne? Also, eh, du... Viel Spaß! Ich hab' gar nicht mehr so wenig wenig jetzt. Okay, du bist... Voll zu... Aaaaah! Oh lol, ich hab' weh wieder! Danke, Reset! Alter... Hehehe... Fuuuck, Juni... Hehehe... Genau wie geplant! Hehehe... Ich glaub, wenn die gleich was machen, müssen wir sofort... Ja, sofort... Zulken dann, ne? Ja, ich weiß. Ich muss nur Autotank... Okay. Jetzt zum Beispiel... Oh, nein! Oh, ich bin gestunnt! Ha, jetzt sag mal! Ich hab' richtig oft R gedrückt grad, aber es kam nicht raus! Was?! Och, Mann, Juni... Hä, warum... Welche Taste hab' ich denn gedrückt? Ich weiß es nicht. Was hast du denn? Ja, ich dachte eher, aber... Ich kann das jetzt leider im Nachhinein nicht mehr beweisen. Riese, ey... Das war close! Ich hab' beide ehes gemacht! Ich hab' beide ehes gemacht! Ja! Hey! Der hat mein Level 4-Mode abgebrochen! Hey! Ich muss halt auch... Oh Gott, nein! Wuh! Okay, das war viel mehr als ich gedacht hab' Ich hab' echt... Keine Sache... Hast du ja auch nicht earned! Ich würd' ja reinspringen und auf deinen Stun setzen, aber ich hab' das Gefühl... Äh, diesmal würde ich warten, bis du drin bist. Und dann würde ich wahrscheinlich trotzdem missen... Guck, ich... Äh... Da kam so'n Rammus! Hallo Rammus! Da kam, ah! Weißt du... Vielleicht hätten wir Warden sollen, bevor wir reinspringen. Kriegen wir den? Kriegen wir den Turm? Weiter, 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 weiter! Ja! Ja! Oh! Vielleicht können wir noch ein All-In auf die... Auf die Kaiser machen, wenn die kommt. Hab' so Angst, ey! Wovor? Wovor? Rammus! Und Velkos, der jetzt auch da ist! Boah! Alter! Jungs, ne? Wardline ist immer so traurig! Das Ding ist anstrengend! Halt gar kein 4es Duett! Erst! Wieso war deine Ehe klar? Oh, hallo Rammus! Oh, hallo! Ah! Diesmal hab' ich's geschafft! Achso, ich dachte wir... Oh, oh... Ah... Sorry, ich musste da raus. Wir hätten niemals was machen können. Äh... Ich hab... Alter, der Jax hat den... Dragon angehittet und ist dann weggerannt! Ihren Mann! Aber was ist denn los mit dem? Tristan Aki ist einfach geil! Ich hab... Alles auf cooldown... Oh mein Gott! Die ist gedodged! Die ist insane! Komm, komm, komm! Und noch hier für dich? Komm halt nicht ran! Ich hab gleich Ulti wieder! In 2 Sekunden! Das ist insane wie wenig! Nice, das machst du! Oh mein Gott! Porg! Trissane, Alter! Also ich finde für das Amount auf Rammus-Gangs machen wir uns ganz gut! Weißt du was deprimierend ist? Ja! Dass der Gegner-Jungler an 13 von 17 Kills beteiligt ist und unser an 1 von 12! Ich würd's aber nicht dem Jax direkt sagen! Ich würd's auch nur sagen, ich würd's nicht schreien! Ja! Oh nein, hätte sie uns aber wahrscheinlich gerettet! Oh die pushen hart alle die Mitte durch! Oh nein! WTF ist mit Tien los, Alter? Ich kann... Och nee! Och Mann! Oh Gott! Er hat so viel Damage! I heal you! Ich geh da weg! Du lässt mich einfach hier alleine zum sterben? Ja, nicht nur das, Alter! Der Raum ist auch wieder da! Oh Mann! Der Jax trollt halt! Ja, ich weiß halt nicht, oder? Ja! Also ich weiß halt auch nicht, warum er trollt! Ah! Attraktiver machen! Oh nee! So ein bisschen Multiple Choice und so hab ich gedacht! Oh Leute! Mach den! Okay, nicht hier weg! Tien! Sechs! Tien! Äh, lauf rein! Habt noch Cooldown? Jetzt nicht mehr! Nice! Level 4 hab ich auch! So was der Jax macht! Wirklich, der geht alleine in ein Normal-Game! Um dann... 24 Minuten lang PvE zu spielen! Während die Gegner das Game finishen! Warum? Ich hab gleich Ulti ab! War... So lange Raum aus du hast, hab ich Angst! Ich hab generell... Ah! Ja! Ich weiß gar nicht, wovor du Angst hast, actually! Also das seh ich nicht! Ich darf mich aber auch nicht bewegen! Ich hol mal kurz 1000 Gold ab! Holy shit! Oh! Oh! Der Fade-Away-Stun! Hast du gesehen? Ja man! Mega gut! Baron! Baron! Ja okay! Keiner macht mit so! Keiner macht mit! Wir machen den! Nein! Wir machen den nicht! Ich hab nicht das CPS dafür! Ja stimmt! Wir machen den nicht! Kann nur worsten! Wie kommst du nur darauf, den zu machen? Lass uns Dragon machen! Den können wir machen! Ah, den haben wir zusammengepinkt! Süß! Mega süß! Alter, ich heil so viel, ne? Das ist geil, ne? Und ich hab halt noch... Oh, der will! Der will! Oh! Einer von uns hätte da mal reinlaufen sollen! Ja, ich hab versucht! Der macht uns keinen Schaden für die Zeit! Äh! 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 Oh Gott! Ich hab zwei weggemacht! Finde ich das jetzt irgendwie fair, dass er drei Leute überlebt? Nein! Jungen! Wirklich! Die finischen! Ja, der wird so... Ich... Ich reporte den im Grund und Boden, den Jax! Bin dann auch mal da! Vorgriff! Ich hab den zwei Sekunden ult! Oh Gott! Eieiei! Ich bin wieder rausgerannt! Ich hatte so Angst! Das war aber cool! Say! Eieiei! Ich bin Sek Tristaner! Ich weiß nicht, ob ich... Alter, das ist ja schön... Wie er nochmal hin und her rollt so... Willst du, willst du? Kriegst du aber nicht! Der lacht, Junge! Ah, so ist ja... Ah! Gebated! Damit hat er nämlich nicht ge... Oh Gott! Gott, gib mir deine Ult! Okay! Okay! Hallo! Nein, ich bin... Ah, ich bin so schlecht! Ah! Ich bin alle verstanden! Vier Sekunden Jump! Drei Sekunden Jump! Zwei Sekunden Jump! Zwei Sekunden Jump! Na mach! Ah! Ja! Hahaha! Oh nein, unser Team ist grad hinten gegangen, wir hätten nicht Bockland laufen sollen. Baron ist gone! Das stimmt, aber vielleicht kriegen wir einen Inhip Tower? Und jetzt gehen die halt schon weg. Kriegen wir! Kriegen wir den Turm! Kriegen wir! Muss mir trusten! Trust du dir? Ja! Jaxx! Kriegen wir uns mal! Okay, jetzt weg! Weg! Ich glaube... Soll ich nicht opfern? Ja! Okay! Okay! Nun ist das ultraschnell weg! Oh Gott! Ich glaub du... Fink! Ich glaube... Du hast ein Flash... Äh, der kommt, der ist gleich da... Ja, ich weiß... Was soll ich machen? Halt's auf, Joga! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, du hast keine Uhlen! Ja, nicht, dass es einen Unterschied gemacht hätte, aber... Naja, aber Jaxx war im Top-Lane! Jaxx ist halt unser einzig wirklicher Tank-Shredder, ne? Das ist so cool... Ach, komm Talon! Das hier zeigt ganz gut, was am meisten an League nervt. Ein Spieler kann das Game alleine nicht gewinnen, aber ein Spieler kann es alleine verlieren. Und das ist das Traurige. Ja, unlucky. Unlucky Game. Aber es hat trotzdem mega-fun gemacht. Schauen wir nochmal, was der Damage-Graph sagt. Ah, guck mal! Der Full-Tank-Rammus hat mich outdamaged. Ja, du musst weiter machen. Um Maße an den Ratsch! Ratsch! Bis zum nächsten Mal.